Effizient. Einfach. Zeitsparend. Traplinkt bringt Schädlingsbekämpfung und Digitalisierung zusammen. Digitale Schädlingsbekämpfung, das heißt Befall frühzeitig zu erkennen und Schäden zu minimieren. Dadurch sparen alle Beteiligten Geld und Zeit. Durch automatische digitale Fernüberwachung muss der Schädlingsbekämpfer keine leeren Fallen mehr kontrollieren. Löst eine Schlagfalle aus, wird eine Benachrichtigung verschickt. Digitale Schädlingsbekämpfung mit Traplinkt macht's möglich. Unser Sensormodul Jerry sitzt mittig innerhalb aller gängigen Schlagfallensysteme und Sie nutzen die gewohnten Aufstellmöglichkeiten Ihrer Fallen. Die Traplinksysteme zeichnen sich durch ihren modularen Aufbau aus. Dadurch, dass wir unsere Technologie nicht in die Schlagfallen eingebaut haben, sind Austauschbarkeit und Langlebigkeit sichergestellt. Nach Einrichtung der Fallen registriert unser Modul Jerry jedes Auslösen der Schlagfallen und sendet Ihnen bequem eine Nachricht per E-Mail oder SMS. Auch wenn nichts passiert, meldet sich das System beim Server, um lückenlos permanente Sicherheit zu gewährleisten. Verabschieden Sie sich vom unnötigen Kontrollieren leerer Fallen.